Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Whitelands hier in dem hübschen Lamborghini mit der lieben Blue Jenny, die ich jetzt überfahre. Mit dem lieben Lemon, der gerade seine Runden dreht. Alter, dein fucking Ernst? Das war eine Mission! Dein fucking Ernst? Hallo! Hallo und schon wieder sind. Herzlich willkommen im Chaos. Shit. Irgendwie will ich dich töten. Äh, wo sind wir? Mitten im Nirgendwo. Shit. Danke Jenny. Bitte jederzeit wieder, sag's nur Bescheid. Es war keine Absicht, tut mir leid. Toll, jetzt habe ich meine MSR nicht mehr wegen dir. Danke Jenny. Bitte. Boah, warum schmeißt du auch eine Granate? Weil Spaß macht. Warum lässt du's zu? Wie soll ich's nicht zulassen, da ich einfach direkt wegfahren oder was? Ja, tut mir leid. Oh, Anmoderation, ich fahr weg. Good night, ist okay. Glaub ich dir nicht, dass es dir leid tut. Ähm. Dass du dir wieder Feinde beatest. Ja. Ich bin ja alles zurückgerätzt. Aber praktisch kannst du rein... Ja praktisch kannst du reinrennen, die Karre klauen. Ernsthaft? Was? Du hast es wirklich getan? Ja. Will irgendwer mit oder soll ich einfach wegfahren? Kommt ihr hinterher. Da ist ein Motorräder, wir können gleich hinterher. Okay. Scheiß Dreck! Da will man nur zum Auto. Ich hol dich. Naja, und der Wagen ist fast kaputt. Und da ist ein blutiges Kondom im Handschuhfach. Wahrscheinlich war die reinrennen Taktik doch nicht so gut. Ja, das war jetzt die schnellste Idee, die ich hatte. Manchmal ist es die beste. Alter, Hauptsache hier ist so ein Pick-up, der einfach eine MG hinten drauf hat. Ich will nichts sagen, Lemon, aber ich weiß, wenn du nebenan guckst, ganz kurz. Das sind vier Feinde, genau vor mir. Da wo ich liege, genau auf mir sozusagen. Genau. Das sind aber Schweine. Auf dir? Aha. Hol ihn zuerst. Lass mich einfach ruhig. Äh, wo soll ich jetzt den Wagen hinbringen? Wir sind alle drei tot. Ist mir scheißegal, wo du es hinbringst. Teamwork. Geil. Ähm. Ja. Soll ich dich holen, oder? Macht keinen Sinn, ich hab noch drei Sekunden. Äh, danach kommen wir bei dir vor. Äh, noch fünf Sekunden. Ja, sechs. Fünf. Noch eine halbe Minute. Hallo. Und da fährt er wieder vor mir weg. Oh. Will du dir Enter drücken? Ich warte unten auf dich. Ich kann bei keinem von euch spawnen. Ja, warte. Ich will einen Geländetruck da haben, deswegen. Ich kann immer noch nicht spawnen bei niemanden. Oh. Jetzt kannst du bei mir wahrscheinlich. Nein. Hallo. Lermann, wie lange brauchst du noch, bis du tot bist? Ich hab grad drauf. Rebell getötet? Wo hab ich denn Rebell getötet? Ich hab auf das Auto geschossen. Also, ich komm hier nicht weg. Äh, auch nicht bei mir jetzt? Ich komm bei keinem von euch gar nicht rein. Mike, würdest du bei mir mitfahren oder bei ihm? Ich bin noch nicht in meinem Auto. Ich bin noch nicht in meinem Auto. Ich bin noch nicht in meinem Auto. Best Vorsicht. Scha, scha, scha. Scha, scha, scha. Okay. Das ist gewollt. Das war geplant. Ganz schön verdältes Ding. Habe ich jetzt ernsthaft den Reifen zerschossen? Ja, ich hab den Reifen zerschossen. Wer? Unsern. Ja, wer? Den vorderen. Vorne sind zwei. Äh, welchen Moment? Gut, wir nehmen den anderen. Der sieht wenigstens heil aus. Wie bei den Großen. So, dann holen wir jetzt Jenny. Jenny, entscheide dich. Bei wem würdest du einsteigen? Erstmal ankommen. Was ist das für ein Fahrstil? Wer meinst du? Au. Au. Geronimo! Äh, Jenny, bist du ernsthaft hier gestorben? Hi Jenny. Genau. Wow, diese Entdeckung kommt so früh, Tobi. Was denn? Wer ist denn Orden dafür? Ich weiß. Okay, okay. Auf den Einsatz konzentrieren. Trotzige Kiste. Ja, wollen wir hier bleiben oder wollen wir weg? Ich wär eher dafür, dass wegfahren. Naja, wie wärs mit weggehen? Trotzige Kiste. Ihr könnt einsteigen. Und, da ist ein blutiges Kondom im Handschuhfach. Warte, zwei blutige Kondome. Dann ist es wohl ziemlich sicher, Judis und Politoschlitten. Soll die alle da? Nein. Das ist selbst mit Kondomen eine verdammt heiße Kiste. Ja, ich will wieder schon einiges aufnehmen. Das ist kein Problem einfach. Ein teurer Schlitten mit Chromfelgen. Und trotzdem fährst du damit durch die selben starbigen Städte wie vorher. Äh, ich bin nur gerade am überlegen, wo wir hinwollen jetzt. Fahren wir da mal hin. Klimaanlage. Nicht zum Heli. Wo ist ein Heli? Links oder was? Da. Nimmst du an, Tobi? Was denn? Alles gut. Nicht Tobi, sondern Mike, alles gut. Ähm, wir kommen jetzt gleich auf Zeit. Wagen echt einen Offroader. Bitte? Du machst aus dem Wagen echt einen Offroader, wa? Ist doch ein Offroader, oder nicht? Das ist doch ein Jeep. Nicht jeder Drieb ist gleich ein Offroad. Bei mir schon. Ja, gut, reicht. So, was müssen wir denn jetzt machen? Wir müssen in dieses, eine der Türen aussprengen. Und dann müssen wir da rein und alles niederholzen. Und die, äh, naja, wir müssen das da irgendwie hacken. Wow, da liegt ne Granate. Du hast gesagt, ne Tür irgendwie aufkriegen. Deckerl ist hin. Ich muss hier irgendwo mal... Ich hecke. Bitte kein Minispiel. Gut gemacht. Jetzt haben wir ein Fahrzeugerfuhr. Koordinieren. Okay. Wollen wir mal auf den? Ja, unten wahrscheinlich. Ähm. Hi. Hi. Wie auch immer man unten rein kommt. Treppe runter. Oder die Tür benutzen wir. Was damit? Nein, das ist zu einfach. Das geht nicht. So, eine Sache kriegen wir noch hin. Bevor wir ausmachen müssen. Oder halt die Feuerwehr ausmachen. Sowas in der Art. Ich würde sagen, wir holen noch den Fähigkeitspunkt, oder? Dann haben wir bald jetzt in diesem... Oder einen Story-Einsatz. Was? Ich kann nicht einsteigen. Ja gut, das ist eine Uni-Dutch-Basis. Ein bisschen... Intensiver. Ja gut, dann machen wir hier oben so einen Nebeneinsatz. Ja. Seid du zurück? Äh. Beitreten. Hä? Nee. Nimm... Tritt einfach bei. Mach einfach. Boah, hol mal du uns jetzt ganz hinlotst. Irgendwie ist der Helikopter langsam. Der andere war irgendwie schöner. Äh, ja, das ist hübschenrot alles, sag ich nicht hin. Dein Ernst? Wer ist denn jetzt grad abgesprungen? Ja. Wollen wir jetzt doch diese Mission machen, oder was? Äh, die ist doch markiert bei mir. Bei mir ist die hier markiert. Bei mir ist genau unter mir markiert. Deswegen bin ich... Wir haben eine ganz andere... Hä, bei mir ist das hier markiert? Ja, von mir. Aber nicht als Einsatz. Erreichen sie ihr Ziel. 30 Meter, ich bin doch genau da. Lol. Hä? Das ist leicht verwirrend. Irgendwas ist grad kaputt. Sie ist eliminiert. Ah. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach das hier und fertig. Ich check halt gar nichts, ja. Ich hab hier nen Koffer. Aber hier ist doch gar nichts. Hier ist ein Koffer. Decke alles hin. Ich hol den Heli schon mal wieder. Ja. Hier im Raum war was drinnen, also. Also am besten jetzt nicht einfach abspringen nächstes Mal. Ich dachte hier wär's, deswegen. Ja, ein Hühnchen. Also ich bin so fett, dadurch, dass ich den Platz wechsle, schiebe ich den ganzen Heli weg. Er fährt Träger. Landwirtschaftssimulator. Yeah. So, holt ihr euch den Punkt hier noch eben? Welchen Punkt? Hier ist ein Fertigkeitspunkt. Hä? Okay. Ein Stückchen weiterlaufen. Ach da. On the way. Ich glaub, das ist die Katze bereit hier. Schon gesagt, da der Tango getroffen. Ich hab hier, wo auch immer ein Fertigkeitspunkt ist. Immer auch für die Türke. Aber jetzt seh ich den Fertigkeitspunkt zu 20 Meter. Aber im Namen muss das schon sein. Wie gut, dass man bei Jot nichts hört. So. Und was jetzt? Hier vorne noch eben clearn. Wie wär's mit absetzen, damit wir reinkommen? Ach so. Ach so, wir sollen hinlaufen. Okay. Passt. Und wir laufen. Und wir laufen. Und wir laufen. Und wir laufen. Läufen. Läufen. Und wir laufen. Okay. Hier. Und wir fahren. Auto. Oh nein. Ich hab das jetzt auch hingekriegt. Nein, nein, ich wollte nicht wechseln, scheiße. Hier sind Geländefahrzeuge. Kommt ihr? Ja, warte, ich hab irgendwas Neues gefunden wurde. Uuh. Äh, warum kann ich das nicht anpassen? Äh, Teile, Unterlauf. Bindung, Kompensator. Ne, leider nicht. Na komm, stell gern, Tobi. Ähm, wir standen neben dir. Achso, tut mir leid. Was ist das denn grade? Teile. Also wir haben jetzt gleich die 15 Minuten. Ja, wir können auch 20 draus machen. Wo ist der Problem? Ja gut, dann Gas. Ich will grad nicht Maiks Reifen kaputt schießen. Ich weiß auch immer, dass es grad war. Schon der Blankereppel. Maik, kommst du? Ja, ja, ja. Okay. Kommen wir sonst jetzt eben links, äh, rechts, Entschuldigung, rechts hier rein. Ach, hier ein Punkt, ja. Ja, weil hier ist noch ein Punkt und was zu clearn, weil dann haben wir nämlich 15 Minuten voll. Darum geht's. Maik, folg mir. Ich bin eine kleine Gruppe Gegner. Der Tango ist hin. Äh, okay, ich hab keinen Schalldämpfer mehr drauf. Na, wenn ich ihn Kompensator. Müsst du schon wieder ein Heli klauen? Nein. Hm. Nicht, dass ich wüsste. Das ist Teamwork. Anscheinend. Ah ne, den müssen wir glaub ich nur markieren. Ja, hier ist auf jeden Fall irgendwas zum Einsammeln. Im Orden. Hab ich schon. Hab ihn. Nee, wir müssen hier irgendwo hin. Ja, wir müssen einsteigen. Kommt ihr? Bringen Sie den Hubschrauber zum Treffpunkt, ja. Oh, leu. Warum kann ich nicht einsteigen? Was soll denn? Der müsste. Da. Du musst vorne einsteigen. Mal gucken, ob der wenig schneller ist. Oh, nicht viel. Super. Aber ich glaub, je nachher wollen wir dann auch rauf mit Erfolg. Ja. Außer da kommt noch was hinterher. Ich glaub nicht. Ich glaub, das ist einfach landen und dann ist, glaub ich, hier abgeschlossen. Nehm ich mal an. Landen und aussteigen. Ja. Also jetzt kann ich zumindest verstehen, warum es so tausend Jahre braucht, bis du vom Spiel loslässt. Ich kenn welche, die haben jetzt schon 900 noch was schon. Oder 800? Keine Ahnung. Okay. Feuerwerk. Nein, ich töte grad. Wer hat da grad eine Granate auf die Kühe geworfen? Granate fliegt. Euer Ernst? Das war ich jetzt nicht. Für mich war das keine Granate, aber gut. Tür tot. Ja, Kühe tot. Mist, mein Graf darf das alle. Oh, die haben geschlafen, die Kühe. Guck mal her, guck mal her. Auf der anderen Seite. Die Kühe schlafen jetzt, aber bitte schießt sie nicht. Nicht nichts machen mit deiner Kühe. Guck her. Hier, wo ich bin. Die schlafen grad und wenn du hin rennst. Du kannst sie jagen. Ja. Die liegen nur. Die sind nicht tot. Ich will mir frisches Steak sammeln. Ja. Das hier ist tot. Ja. Hört auf. Nein. Was denn? Die Kühe. Was ist denn? Wir haben die Kühe erschaffen. Ja und nun? Jetzt ist mein... Doppelkill! Jawoll! Haha. Dein Ernst? Alter! Wenn das Peter mitbekommt. Wenn das ist... Wenn der ist der Tierschutz mitbekommt. Peter ist der Tierschutz. Hust. Information. Grundwissen. Wenn das Spiel das nächste Mal gestartet ist, dann leben die alle wieder. Sind nur Betäubungskugeln. Ich hab keine Munition mehr. Echt jetzt? Also... SMG! Jetzt sind sie alle tot, oder? Alter! Jetzt sind sie alle tot. So, wollen wir jetzt aufhören? Ich hab doch gar nicht anmoduliert. Doch. Oder nicht? Nein. Ich hatte sogar vor die Folge. Echt? Das ist schon wieder so... Dann ist es Jenny, oder was? Nein, Plotus. Echt? Mach einfach. Nein. Ey, warte. Hier ist noch ein Informationsstück. Das ist das von vorhin, was jeder geholt hat, außer du. Gar nicht wo. Okay. Dann fang an. Ja, los mach. Ja, damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch Spaß noch mal zuzuschauen. Ich wünsche euch guten boot, und sage von mir aus tschüttchü! Cheers, cheers! Tschütschüss! Tschütschou! Tschütschoooo